Moinsen, Kenners! Da What Remains of Edith Finch vorgestern zu Ende gegangen ist, hatte ich auf Twitter gestern eine Umfrage laufen, in der ihr abstimmen konntet, welches Spiel ich denn als nächstes in Angriff nehmen soll. Das Ergebnis steht jetzt fest und ist sehr knapp ausgefallen. Dark Souls 3 hat mit 57% gegenüber Monster Hunter World mit 43% gewonnen. Das nächste Projekt wird also erstmal Dark Souls 3 werden, aber keine Angst zu den Monster Hunter World Liebhabern, da gehör ich auch zu, wird demnächst auch etwas kommen zu Monster Hunter World, sobald halt Here They Lie fertig ist. Das erste Dark Souls Video kommt höchstwahrscheinlich morgen Nachmittag, da melde ich mich dann aber noch über Twitter. Und heute Abend kommt höchstwahrscheinlich noch eine Folge von Here They Lie, aber da kommt es drauf an, wie ich heute noch so durchkomme. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei den anderen Videos, und noch einen schönen Tag. Und lasst gerne ein Abo da, um heute nichts mehr zu verpassen. Und folgt mir gerne auch auf Twitter. Der Link ist unten in der Beschreibung. Gut, dann mach's gut. Tschüss.